925 Bäume, die wegkommen, wobei man sagen muss, da sind 200 Bäume dabei, die sind weniger als 12 cm, also das sind auch schon Bäume, aber halt auch noch nicht Bäume, also warum stellt man sich schon was Mächtigeres vor. Wir werden 430 Bäume setzen aufgrund der UVB-Auflage, ich habe aber auch eine gute Nachricht. An Ort und Stelle? An Ort und Stelle, aber auch woanders, weil einfach dort auch nicht der Platz ist, weil wir richtige Bäume... Woanders wäre wirklich auch breiten Leer am anderen Ende von mir? Weil wir auch richtige Bäume setzen, wo man auf dem Bild sieht, auf der rechten Seite und links eher diese Strauchartigen Gewächse, die auch mehr Platz brauchen, die Krone Platz braucht, wenn man dort so viele hinsetzen würde, würden sich die gegenseitig im Weg stehen, aber wir werden noch 200 zusätzlich pflanzen.